Keine Sorge Leute, ich weiß, was ihr euch denkt, wenn ihr jetzt dieses Video anseht. Und ihr habt euch höchstwahrscheinlich schon den Kanal-Trailer angesehen. Ihr habt euch schon das neue Design von dem Ganzen hier angeschaut. Und ich kann es gerne hier nochmal in diesem Video bestätigen, falls mutige Leute, also die mutigsten meiner Abonnenten, jetzt auf dieses Video geklickt haben, um sich über diese OP zu informieren, über diese Schönheitsoperation, die eigentlich schon längst überfällig war. Knapp 5 Jahre, nachdem ich diesen Zweitkanal gegründet habe, ist es nun soweit. CLP Giraffe Special ist tot. Lang lebe Jira Lukas. Das habe ich natürlich aus verschiedenen Gründen gemacht. Einmal natürlich, der Name war viel zu lang. Zweitens, ich möchte, dass dieser Kanal ein bisschen für sich selbst steht. Jetzt nicht unbedingt mein Zweitkanal ist, sondern eher so mein zweites Standbein. Weil zweites Standbein klingt irgendwie ein bisschen cooler. Nach wie vor, Content wird sich nicht großartig verändern. Es gibt hier nach wie vor Unboxings, Specials. Das 2012, 2011 Classic, das ich auch nach wie vor in 4 zu 3 veröffentlichen werde und auch nur in 4 zu 3 veröffentlichen kann. Ist eventuell auch nochmal so ein schöner Rückblick auf meine Kamera, auf meine alte, wenn da jetzt noch irgendwie großartig Material übrig ist. Und ja, hat sich jetzt irgendwie großartig was verändert. Also es hat sich eigentlich nichts verändert. Es ist nur, der Name wurde halt geändert. Und dementsprechend, Leute, erschreckt mir bitte nicht. Ich weiß, ihr dürft jetzt gerne über den Namen diskutieren. Ob ich das jetzt so richtig gewählt habe. Ob das irgendwie political correct ist. Also Verschwörungstheorien beinhaltet dieser Name auf jeden Fall nicht. Aber, wie gesagt, es gibt auch, wie soll ich sagen, neues Programm, das ich fahren möchte. Und da ist Ziel Pidgewaffe Special einfach nicht der richtige Name für. Ich plane ja für 2018 eventuell mit den Let's Plays ein bisschen runterzufahren. Und mich hier auf meinem Zweitkanal mit so Trivia-Zeug zu beschäftigen. Eventuell Filmkritiken, Musikkritiken zu machen. Also mein Programm rundum erweitern. Damit ihr hier halt, wie soll ich sagen, einen schönen Kontrast habt zu dem, was ihr auf Ziel Pidgewaffe X nach wie vor hoffentlich gut bekommt. Also das ist jetzt nicht so wie bei Iplali, wo Alligator 1024 gesagt hat, ja, das Ding, oder was hat er damals gesagt? Er hat genau das gesagt, was ich jetzt gerade sage. Dass Alligator 1024 für immer sein Erstkanal bleiben wird und Iplali nur so eine Nebensache ist. Und jetzt ist Iplali erfolgreicher als Alligator 1024, beziehungsweise die meisten Leute kennen Victor auch nur unter Iplali. Nein, ich versuche da auf jeden Fall eine Balance reinzuhauen. Und wenn es im Jahr 2019 damit nicht geklappt hat und ich mich jetzt dann nur noch auf Ziel Pidgewaffe Special konzentriere, dann tut es mir dementsprechend leid. Also Leute, das ist die Zukunft. Und, ja, wie gesagt, dieses Trivia-Format da, welches ich zu den Videospielen bringe, da dürft ihr ja nach wie vor schreiben, wie ich das Ganze nennen soll. Ich denke mal, ich würde irgendeine Game-Enzyklopädie, also da werde ich mir was einfallen lassen. Beziehungsweise schreibt ihr einfach eure Vorstellungen in die Kommentare und generell, wie ihr jetzt hier diesen Umschwung findet. Ich mache das natürlich auch aus einem gewissen anderen Grund, und zwar einer meiner Lieblings-YouTuber und Filmkritiker Forger würde jetzt zum Jahresende aufhören. Und da möchte ich dementsprechend eventuell, jetzt wo ich mich halt auch mit dem Thema, wie funktionieren negative Medien, ein bisschen beschäftigt habe, möchte ich da eventuell auch so meinen kulturellen Geist auf YouTube entfalten, was das angeht. Also, ich möchte ein bisschen intellektuelleres Programm fahren, so wie ich das bei den Poker-Reviews teilweise gemacht habe. Und es jetzt auch dementsprechend fortsetzen möchte mit, wie gesagt, anderen Formaten. Und eventuell mit einem besseren Mikrofon und die Musik-Lautstärke dementsprechend ein bisschen runterzudrehen. Aber, wie gesagt, ansonsten bekommt ihr weiteren Unboxings zu den neuesten Technik-Wundern. Okay, Technik-Wunder gibt es eigentlich kaum, aber zu spielen, also Ultra-Sonne, Ultra-Mond gibt es noch dieses Jahr. Eventuell Pokémon-Events von verschiedenen Spielen, ob ich das auch runterbrechen möchte. Lukas Sinkt werde ich höchstwahrscheinlich verlagern auf Ding, Mikrofon Entertainment, einfach weil ich da hier kein Copyright Infringement bekommen möchte. Weil ich habe hier schon so viele Videos veröffentlicht, die so viele Klicks haben. Ja, ich weiß, ich bin auch irgendwie irgendwo klickgeil. Aber was tut man nicht alles für den YouTube-Fame, für den Insta-Fame? Okay, ich habe kein Instagram und ich werde es auch nicht einrichten. Möchte ich vielleicht auch nochmal so sagen, Facebook und Instagram wird es nie geben. Das meiste ich jetzt fest in den Stein. Ich weiß, das ist jetzt praktisch irgendwie so eine Ergänzung zu dem Infovideo, das ich gestern rausgehauen habe auf meinem Hauptkanal. Aber ja, Infovideos kommen übrigens weiterhin auf meinem Erstkanal. Also das ist jetzt hier nur so eine Ausnahme, nur so eine Art Ding, Behandlung für den Schock, den ihr jetzt eventuell erfahren habt. Dadurch, dass jetzt hier praktisch alles anders ist. Obwohl eigentlich nicht alles anders ist. Es wird sich im Jahr 2018 einiges verändern, hoffe ich doch zumindest, dass ich da dementsprechend die Projekte, die ich mir vorgenommen habe, umsetze. Und ich hoffe dementsprechend, dass wir alle, die Abonnenten, normale Zuschauer, die mich nicht abonnieren wollen, weil sie mich hassen, oder generell nur meine Videos gut finden, aber mich nicht abonnieren wollen, und vor allem ich weiterhin Spaß an der Sache habe. Und das ist, denke ich, doch die Hauptsache, oder? Also, dann, ich habe nicht mehr viel zu sagen. Ich habe fertig. Ich habe fertig.